jo leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen video zu heute lemon blue gegen gold blue gegen red blue ich würde sagen wir schnacken gar nicht dran rum welche wollen wir starten ich würde sagen wir starten mal mit der lemon blue wir zünden in die steine hier rein die gold blue haben wir schon mal im video die zündet im nikola special genau und schauen wir mal was die wollen nicht schlecht auf jeden fall dann weiter damit der red tag im vergleich lemon blue red blue weil wir gar nicht lange rum schnacken geht direkt weiter im programm leute red blue ist von funke let's go die sind nicht schlecht auf jeden fall für zehn euro kann man nicht viel falsch machen glaub ich glaube ich alle drei unnormal geil haben immer eine kapuze runtergefallen man sieht auch kaum hat es so dunkel auf der kamera irgendwie so und dann jetzt noch mal die viel spaß von funke los geht los geht alter egal junge alle drei perfekt für zehn euro kann man alle drei mitnehmen auf jeden fall sich alle auf jeden fall holen ich persönlich würde die red blomm auf jeden fall holen ich persönlich würde die red blomm auf jeden fall holen die zweite ne genau dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten video und bis zum nächsten video und